Hallo und herzlich willkommen zu einer Beitrinnenfolge Armored Warfare hier aus T-Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier in der P-Folier-Apparation Todesfee und ich hab... Hallo, ich hab den Kanal nicht gewechselt. Ähm, das tut mir jetzt aber föchterlich leid. Ja, ich nehm grad ne Runde Armored Warfare auf Todesfee. Das ist die Dori übrigens. Ah, hallo. Kann man gerne sehen, auch mal im LS Let's Play. Ähm, falls ihr das nicht, also noch nicht wisst. Ja, ich hab im TS den Kanal nicht gewechselt, das ist meine eigene selber Schuld, wenn ich dann Besuch kriege. Es tut mir leid. Ja, unglaublich. Wir haben eine Dame schon an Bord. Ihr könnt ja jetzt mal alle, also sozusagen, die jetzt, ne, können ja sagen, sie soll das auch mal spielen, weil ich krieg sie nicht überzeugt. Ich krieg sie einfach nicht überzeugt, dass sie spielt. Nee, nee, nee. Gut, also wir haben hier den Leo 2 A7 und damit wollen wir mal loslegen, ja. Dann geh ich mal wieder. Ja, du kannst auch einfach bloß ruhig sein. Okay. Keine Ahnung. Also jetzt geht's los hier. Jetzt ist Krieg. Krieg. Genau. So. Todesfee habe ich auch schon mal jämmerlich verloren. Na gut. Okay. Aber das wollen wir uns ja jetzt nicht in Erinnerung rufen. Wir wollen ja, ja, wunderschön, dass sie wieder bis hin ist. Läuft, bis dahin. Boah, nach Ladezeit zu lang. Immer wieder ist er wirklich was hier. So, jetzt ist er schon down, das ist schon mal ganz gut. Und da hinten schießt schon einer hier auf die, auf die Waggons. Weißt du, das heißt so, da ist irgendwo auch schon einer im Busch. Werden wir gleich sehen. So, was sind denn da nicht die, ach so, die Punkte muss geblieben. Ach, guck mal, was haben wir denn da. Ein PL-01. Oh, da ist noch ein Brady. Ein Red Lady, nicht Brady. Der Kanon ist leicht defektiös. Da haben wir einen Hit drauf gekriegt. Gar nicht gut. Dann kann PL-01. Ach, was ist denn mit dir los, Bradley? Jetzt kuscheln, komm. Habt ihr was für die Kuscheln? Kein Problem. Immer schön 140 Millimeter. Geht wunderbar rein. So, PL-01. Von einer verprögnet. Gut am Neoparthes. Selbst mit Kutterkanone ist ja noch richtig gut genau. Oh, jetzt hab ich mal eine gefangen hier. So. Was ist denn da schon? Hm, schon da. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Bradley, oh, der hat mir einen in den Sack gegeben. Fahr mal vor, Merkala. Genau. So, der nächste Tod. So, keiner fährt zu dem, fährt zu dem, äh... haben wir noch Tipses, oder? Doch, der K21 macht sich gut. Oh, was haben wir denn da? So, haben wir nochmal einen Killgeschlauch. Ging ja fix. So, dann gucken wir mal hier. Gehen wir nämlich hier mal zu dem Secondary. und halten den Punkt jetzt mal ganz kurz. Ihr müsst standhaft bleiben. Ihr müsst standhaft bleiben. Natürlich, das machen wir doch. Mein lieber Funker, dafür sind wir doch da. Das wäre aber immer mir, was im Funker zählt gerade. Oh, 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 oh. T15. T15 mag ich gar nicht. Ja, der hat aber kaum bei den Stellen so von vorne. Das auch noch. Oh, ich hab ja aber einige jetzt. Au. Jo, jo, jo. Sei doch mal nicht so mit einem Raketen, Mensch, das Kind. Der schießt damit rum, als wenn er zu viel davon hätte. Ich hab da ja sogar welche im Rücken. Das ist ja mal gar nicht so gut. Also das mit den Raketen, das ist aber auch nicht schön hier. Ja, dauernd im Tiefflug ankommen. So, das ist gar nicht gut, was da abzuschieben. Muss ich mir erstmal da in die Richtung. Genau deswegen. Jetzt krieg ich hier nämlich richtig Schwierigkeiten, weil ich die im Rücken habe. Wie konnte uns denn das passieren? Ah, ist schon einer tot bei uns? Wow. Das wird jetzt harig hier. So, den haben wir weg. So, dann kommt der nächste Bradley an. Warte mal, da können wir doch eigentlich mal jetzt so auf die etwas schadenfrechtigere Munition wechseln. Bamm. Aber das ist schon der APS, das funktioniert wunderbar. Jo. So viel mehr Schaden macht die gar nicht. Ich hab auch die Situation hier falsche Munition gewechselt. Alles klar. APS arbeitet wieder. So. Dann mal schön erstmal die drin. Das sollte jetzt hier gleich mal richtig rappeln in der Büchse hier. Also in der Gegnerbüchse, natürlich. So. Terminator kommen nicht ran. Wenn man da noch schön ist, in der Kava, da komme ich jetzt in meinem Heep nicht durch. Was ist denn hier? Gib doch mal eine Kette mal her. Okay. Ah, sehr schön. Hat er mir die weiche Stelle gezeigt. So. Wie sieht's bei dir aus mit weichen Stellen? Kein Effekt. Ach, der hat in den Käfig reingeschossen. Alles klar. Okay. So. Jetzt hat er mal auch das Zeitliche gesegnet. So. Jetzt gehen wir hier mal ganz kurz mal gucken. Hier irgendwo war hier noch ein Bradley. Ich glaub, uns rennt die Zeit auch davon. Aber... Guck mal, was haben wir denn da oben noch? T-15. Ach, das ist ja... Juh. Guck. Er tat weh. Ganz schnell mal reparieren hier. So. Und dann verpissen wir uns einfach. Lass ihn doch da oben rumstehen. Interessiert mich gar nicht. So. Der sieht mich hier ja eh nicht. Können wir erst auch wieder unseren Kameraden helfen hier. Oh, der war gut. Böenbreitseite, fast 1000 Schaden. Sehr gut. Das war ein guter Schuss. Ja, dreh dich mal nochmal so hin. Dann mach ich das gleich nochmal hier. Bammt. Oh, 1021 sogar. Jetzt dreht er. Jetzt rastet er aus hier, der kleine Leo. So. Au. Guck mal, ob er da auch eine weiche Stelle findet an ihm beim... Dritten. Aber es wird schwer werden. Ja. Dann nehmen wir lieber die... Amor-Pier-Serie, ne? Will ich das mal? Ja, 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 ja. Oh, bedrohung vernichtet. Oh, ja. Gleich sind wir zweistellig bei den Kills. Können wir mal hoffentlich noch hin. So. Dann gucken wir nochmal. Da kriegst du erstmal noch die Kette. Bleibst du erstmal stehen. Ja, guckst du komisch, ne? Sehr schön. Und wir sind zweistellig. No, dann gucken wir mal hier. Irgendwo muss man weit wunderbar Rettler rumfahren. Und wir müssen den Punkt unbedingt einnehmen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Drei Minuten. Na ja. Na, verdammt. Geplatzt. So. Dann gehen wir hier mal fein sorglich in den Cap rein. Ich glaube, der K21, der musste sich gerade wiederbeleben. Kam gegen den T15 nicht an. Aber gut, das... Das ist aber auch ein fieses Ding, dieser T15. So. Also ich kämp' jetzt hier erstmal ganz in Ruhe. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich glaube, wir müssen das Ding ja noch gegen den Angriff verteidigen, ne? Das Ganze, na gut, sieben Minuten haben wir ja noch. Der parkt eigentlich mitten im Kriegsbeetautos hier hin. Sie müssen sich ja nicht wundern, wenn die mal kaputt sind. Ne, doch, reicht. Oder ist jetzt irgendwie Mission gescheitert? War ich jetzt doch zu langsam. Sieg. Ah, wunderbar. Hat geklappt. Hat geklappt. Wir haben der Todesvieh mal wieder ein Schnippchen geschlagen. So. Haben insgesamt 24.000 EPs gekriegt. 370.000 an Kohle. Und 24 von diesen komischen Münzen, die ich da vergesse. Naja gut, da wollen wir nicht mehr drüber reden, dass man ein Fehl kauft. Und den Bluestar haben wir gekriegt. Wir sind also wieder im Team. Oh ja, doch, mit Abstand sogar. Ganz oben. Also das kommt natürlich wieder durch immense Spotting-Damage, die ich gemacht habe. Also ich stand wieder immer schön vorne in der Schlacht. Die anderen konnten Schaden machen. Sehr gut. Hat wieder gut funktioniert. Das ist irgendwie so meine Spiele bei sie in dem Spiel. Das mache ich sehr erfolgreich mit. Gut. Das soll es dann gewesen sein. Das war eine Wunde Arm & Warfare hier aus D-Game-Studio. Mein Name ist Master Schröder. Die Dori hat kurz mal vorbeigeschaut. Wie gesagt, ihr könnt ihr ja ganz gerne immer sagen, Spiel das Spiel doch auch mal. Das ist gar nicht schlecht. Also mit modernen Panzern fahren. Ich muss ja sagen, ich kenne sie noch. Die hat auch mal World of Tanks gespielt. Da war sie ganz gut. Gut. Also dann, wenn es euch gefallen hat und wenn die Dori mitspielen sollt, dann Daumen nach oben. Bis denn. Tschüss.